Falsch! Joa Jungsmilds, willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal, auf unseren Kanälen. Ganz einfach kurz erklärt, wir sagen uns ein paar Produkte auf Amazon und da muss der andere dann die Preise erraten. Man darf maximal 15 Euro Unterschied zu dem wichtigen Preis haben, sonst bekommt man keinen Punkt. Und? Erklären Sie es, ja? Aber bei solchen hohen Sachen, die so über 100 Euro sind, so über, sagen wir über 200 Euro, Ja, das ist 50 Euro maximal. Ja, dann machen wir 50 Euro über 100 Euro Preise. Ne, über 200 Euro Preise, 50 Euro. Ja, bei 50 Euro und bei 100, nein 100 Euro, ja, 15 Euro. Und Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt. Also Leute, das erste Produkt ist erstmal Hundefutter von Pedigree Adult. Pedigree? Ja, Pedigree, also als Hundefutter, drei Sorten Fleisch, 12 Do... Das habe ich sogar zu Hause. 12 Do... So, ich habe so ein Gelee für meinen, äh, Hund. Ja? Für Pedigree, das ist richtig geil. Leute, Pro-Placement, Pedigree, la 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 la. Tu la ba ba ba. Ja, nein. Ja, Pro-Placement. Ja, äh, was sagen die so, wie viel das kostet so? Ja, wie viel, wie viel ist denn das jetzt? Ja, warte, warte. Ich lache. Ja, das ist halt, Pedigree Adult, Hundefutter, drei Sorten Fleisch, 12 Dosen, 12 mal 400 Gramm. 12 mal 400 Gramm? Ja. Ja, okay, das ist ja schon viel eigentlich. Ja. Aber Pedigree ist ja eigentlich auch... Als ob das so lustig ist. Pedigree ist ja eigentlich auch zufrieden, aber wie heißt das? Bin ich eigentlich, weil es nicht Feuer ist? Ja? Ja, keine Ahnung, ich glaube, ähm... Oh, shit, Alter. La! Das ist ja... La! La! Was ist das? Keine Ahnung, wie soll denn das sein? Warte mal kurz, du musst nachdenken. Ich sag... 45 Euro. Nee, warte, warte. 55. Oh, das ist bestimmt komplett falsch. Das kostet 7,99. Ah, warte. Ja! Du lügst ja richtig so. Nein, ich kann dir den Link schicken. Warte mal kurz. Das kostet 12 mal 700 Gramm... 12 Dosen... ...12 mal 400 Gramm... 400, 400. Das sind ja fast über 10 Kilo. Ja, das steht da. 12 Dosen 12 mal 400 Gramm. Das ist ja nicht richtig. Ja. Scheiße. Ich kann dir nur das sagen, dass das steht. Das ist ja die Lüge des Jahrtausends. Ja. Ja. Okay. Also, erzähl zu. Das ist bei Amazon Fashion. Ja. Das ist so eine Abteilung für Fashion und so. Ähm, das... Die Beschreibung ist... Socks. Na, so eine Zahl, aber das brauchst du nicht wissen. Socks. Sechs Paar Socken in Eierkarton. Cow Edition mit Kuhflecken. Was? Eierkarton? Hä? Sechs Paar Socken mit Eierkarton. Alter, ich weiß jetzt schon, der Gamers-Name hat komplett verrückte Produkte rausgesucht. Sechs Paar Socken mit Eierkarton. Äh, ja... Mit Kuhflecken. Pfff. Mit Kuhflecken, das ist wichtig. Ja, die Kuhflecken können ja gleich schon 50 Euro draufgeben. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal so... Also, 20 Euro. Wie viel darf man drüber sein? Äh, 15. Wie 15? Ja, 15 Euro maximal drüber. Ja, 15 Euro bei 100 Euro, minimum. Ja, ja. Hab ich gesagt, ja. Ja, und bei... Die und so 100 ist ja 10. Ach, 10, ja. 10, ja. Ja. Und was hast du denn jetzt gesagt? Äh, 20 Euro. Ja, das ist ja unfair. Das kostet ja 10 Euro und 74 Cent. Das ist ja 74 Cent. Das ist ja richtig gut grad. Das ist ja 74 Cent. Das ist ja trotzdem verloren. Ja, ja, ja. Richtig Glück gehabt, mal wieder. Das ist ja trotzdem verloren, das ist ja scheiße. Nein, ist ja nicht verloren. Man ist sich ja aufgerunden. Man muss dann mit Runden machen. Naja, das ist ja kacka. Das wusste ich ja nicht. Nein. Ja, es ist die erste Folge, aber trotzdem. Aber okay, Ehrenmann, Ehrenmann. Ich sag, du hast trotzdem die Runde gewonnen. Dankeschön. Jetzt hab ich hier erstmal so'n Schuh rausgepackt, der wahrscheinlich vielleicht bekannt kommen könnte, ja. Bekannt kommen könnte. Und zwar der Adidas Yeezy Boost, 350, Version 2, man, USA, 11, Größe. Boah, ich hab ja keine Ahnung. Version 2, also Version 2 ist schon sehr wichtig. Also, man muss bedenken, ehm, ehm, ist natürlich legit. Eh, steht da zumindest dran, also ich weiß es nicht, ob das stimmt. Laaah! Ja, ist das Original oder ein Fake? Ja, Original. Steht zumindest dran. Also muss es kosten auf die Original oder was? Oh my god. Ja, es geht zumindest in die Preisrichtung. Okay, ja, ich sag. Ich sag, ich hab 56 Euro. Ja, weil ich kenn die ja nicht. Ja, ich weiß es. Der da ist jetzt besonders günstig, ich weiß nicht, ob das legit da stimmt, Leute, aber da steht jetzt 390. Zweimal, okay. Hi Mann, konfiziere Smartphone, fertig. Was? Ja, das ist die Beschreibung. Ja okay, ich sage jetzt ganz oft trocken, 70 Euro. Komplett falsch. Oh. Das ist ja 3,98 Euro. Was? Was? Das ist ein... Das ist ein voll wie Schokoladentafel in Smartphone-Form mit Bunker-Dekomassel. Oh man, ist ja gar kein Handy. Also Leute, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Goldbarren, 20 Gramm, Checkkarten-Format, Feingold, geblistert. Und was ganz wichtig ist, Bewertung, ein Stern. 15 Euro. Äh, nein. Das ist komplett in der falschen Richtung. Äh, was? 20 Gramm. Das steht 895 Euro. Das ist ja komplett... Das ist ja komplett falsch. Ja. Oh, jetzt wirst du komplett abkacken, ich weiß jetzt schon. Die Beschreibung ist... Death Note Complete Box Taschenbuch. Oh. Oh, ich sag mal so... 80 Euro. Bist du dir sicher? Allerdings wäre ein Buch, 80 Euro? Machst du nicht Euro, du wirst viele Leute die falschen Fährte bringen. Ich lasse dich doch einmal raten. Ich sag's dir einfach, ein einziges Mal. Wenn der Punkt willst, dann überleg dir das gut. Aua. Hey. Weißel, mach dich auch los. Rauchst du, wenn ich mal rauskriege? Es ist noch nicht oben, ne? Ooooooooh. Ouuuu. Das ist ein Ahlener. Da-la-la-la. Also das nächste ist ein... Mann, das ist komplett verrückt. Das ist Produkt. Ein AudioQuest Vodka HDMI-Kabel 8 Meter lang. Ja, da steht Vodka. Irgendwie an der Wacke. Das kostet ja wieder so die 50 Euro, weiß ich mal. Hallo? Ich verstehe nicht, was heute mit den Amazon-Preisen los ist, ähm... Na, warte! Ich hab 100 Euro. Ja, äh, vielleicht. Also da... Also ich würde sagen, es gibt sehr überteuerte, äh, HDMI-Dinger. Ja, 850 wieder. Ja, okay. Ähm, also es hat viereinhalb Sterne und kostet 1.030... 1.131 Euro. LAAA! Ja, ich gebe dir jetzt einen Punkt. Das ist ein Ehrenmann. Dankeschön. Ehrenmann. LAAA! Also... Ja, LAAA! ARA-E-L... AMOR NATURE HUNDER-FA-KONDOME! Ja, ich sag so... 100 Euro. Komm, ich sag 100 Euro. Ja, golden! Ja, golden! Die Packung war nicht so golden! AAAAAAA! Ich sehe ja nicht das Innere! Ähm, ja, 50. Äh, 30... 40 Euro. Ist ja... Komplett schwachsinnig. Was du da redest, ist denn 10,95 Euro? AAAAAAA! AAAAAAAA! Aber da drüber steht statt für 20 Euro. Also, das war schon... Ja... Oh, Mann. Also, es ist so, ich hab einfach in der Suchleiste Geld eingegeben bei Amazon. Dann kam die Gelddruckmaschine. Ich würd sagen, das ist sehr legit. Und dann ist da so eine Maschine, so eine kleine, da kommt einfach ein Geldschein raus als Bild. Okay. Ja, und... Ich würd sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Wie... Ja, da hab ich... halt 40 Euro. Nein. Komplett daneben gerechnet. Nein. Kostet... 16,90 Euro. LAAA! Wenn du glaubst, du hast Bock da HDMI-Kabel, dann kostet das 1000 Euro. Was ist das? Ja, das... Was hat sich die Lust? Nicht einfach so nach dem HDMI-Kabel, 1000 Euro. Wer hat das da reingestellt? Wie viele Leute haben das schon gekauft? So. Das Kämpferhandbuch Update Edition. Das Kampf 1x1. So, jetzt hier. Oh... Preis will ich jetzt. Einen guten Preis, bitte. Ja, ich sag 10 Euro. Ich will den Gebrauchpreis, würd ich noch sagen. Der Gebrauchpreis ist 7 Euro. Normal kostet das Buch 10 Euro. Ja. Aber... Ich würds ja... Das Gebrauchte... Von 1 Euro bis 7 Euro musst du mir jetzt sagen, was für's kostet. Und du darfst 2 Euro daneben liegen. Und das ist eine gerade Zahl, die durch 5 teilbar ist. Also wegen den Hint über den Komma stellen, mein' ich. 8 Euro 25? Keine Ahnung, ich hab' ich's grad nicht nachgedacht. Das Gebrauchte Buch kostet 2,50 Euro. Uuuuh. Billiger als ein Döner. Uuuuh. 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 Ist ja so. Ja, okay. Jetzt scheiße. Uuuuh. Ja, okay, Leute. Na, ich hab' vorher schon erzählt. Du hast ja 2 Punkte und ich hab' 1 Punkt. Ähm, also, das ist... Der Riesen- und Kot-Haufen. Hunde-Haufen. Also, da steht... Grotte-Dien-Jumbo-Dot-Doc-Shit. Also... Was? Und... Die Packung ist sehr billig, sag' ich jetzt mal. Und... Ja. Packung ist sehr billig? Ja. Ja, ich sag' ja wieder so 7 Euro... Nein, 10,50 Euro. Alter, richtig knapp. Was? Warum? 70 Cent kostet das. Was? Was... Was laberst du für'n Müll, Eber, Alter? Das kostet... Das kostet echt 70 Cent. Warum denn? Du redest hier von... 100 Kot-Haufen, der noch geschickt werden muss, Alter. Ja. 70 Cent. Ähm... Ähm... Standardversand sie an der Kast... Aber du hast trotzdem einen Punkt, weil es ist ja nicht genau 10 Euro. Du hast ja... Ja. Das letzte jetzt. Halo Master Chief. Kostüme-Full-Helmet-Adult-One-Size. Was? Ich sag' jetzt mal... 50 Euro. Oh... Oh... Das ist ja wieder richtig knapp, Alter. Oder auch... Nicht... Okay, dann sag' ich... 51! Das hat ja 10 Euro daneben liegen, gell? Ja. 10 Euro. 52. Hallo, hey, hey, ja was jetzt? La, la, la... 52? Aber wenn du jetzt 51 nimmst, dann ist das schon echt ne Wunder eigentlich, aber... Ja, richtig knapp. Ja, dann nehm' ich halt... 50,99. 50,99? Ja. Leider! Leider! Bist es deine endgültige Antwort jetzt? Ja! Ah! Gut, denn das kostet 62,99! Scheiße! Du bist ja um... gerade mal... 3 Euro... Nein! 1 Euro... 2 Euro daneben! Ja! Ja, aufverhalten! Nee, nee, nee... Also, Leute! Wenn auch diese Folge... 1. Folge von... Ich wüsst noch gar nicht wie's heißt! Wahnsinn! Wir werden uns das noch überlegen! Gefallen hat! Dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert! Schaut auf jeden Fall... Schaut bei Gemschnack, wie gesagt! Ja, und auf jeden Fall schaut ihr in den Info-Card, weil jetzt kommt nämlich noch ne... Folge-Runde übern Bettbus hinten dran für euch, den nehmen wir jetzt gleich auf. Lala! Ja, halt im Hintergrund habt ihr's wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Naja, im Hintergrund habt ihr's gesehen und ihr könnt noch eine Folge mit Commentary bei mir sehen. Wie gesagt! Und wenn ihr das auch auf Gemsnames-Kanal haben wollt, dann liked alle seine Videos! Und... Fatsch! Liked auch dieses Video und schaut natürlich bei ihm vorbei! Er hat seine 100 Abonnenten geknackt! Voila! Danke! Ciao, Leute! Und wir wissen jetzt noch nicht, wie viel jetzt ausgegangen ist! Das werdet ihr jetzt hier wahrscheinlich oben eingesehen erzählen! Weil wir haben nicht richtig mitgezählt, aber ja... Ciao, Leute! Malen! 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 Malen!